Zum politischen Tagesgespräch bei Phoenix begrüße ich nun den grünen Haushaltspolitiker und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Andreas Audretsch. Guten Tag in die Hauptstadt. Guten Morgen. Also, dieses Elterngeld, das große Thema, bereits gestern an diesem Mittwoch, an diesem Bundestagssitzungsmittwoch erst recht in Berlin, kann ich mir vorstellen. Zunächst mal, Herr Audretsch, also diese Einsparungen, 500 Millionen, soll ja das Familienministerium einsparen. Diese 150.000 pro Jahr, diese Grenze, die jetzt eingefügt werden soll, eingeführt werden soll, ist es eigentlich mit Ihnen, sprich mit der Fraktion, in irgendeiner Form abgestimmt? Die Kürzungen, die wir an dieser Stelle sehen, sind Ergebnis einer Haushaltspolitik, die insgesamt so durch den Bundesfinanzminister gewollt ist. Das heißt, dass wir jetzt in eine Zeit gehen, in der wir auch mit großen Einsparungen umgehen müssen. Das war das Ziel des Bundesfinanzministers. Deswegen hat das Bundesfinanzministerium entsprechend an die Ministerien Briefe geschrieben, um deutlich zu machen, dass gespart werden muss. Und in einem dieser Briefe steht ganz klar drin, dass beim Elterngeld in Millionenhöhe, in hunderten Millionenhöhen gekürzt werden muss. Das hat die Bundesfamilienministerin umgesetzt. Und sie hat es so umgesetzt, dass es am sozialverträglichsten ist. Das ist kein Ruhmesblatt, das ist nichts, was wir gewollt hätten. Aber das ist das Ergebnis der Politik, die Christian Lindner so wollte. Und insofern müssen wir jetzt damit umgehen. Das zeigt etwas sehr Grundsätzliches. Herr Auret, das ist im Umkehrschluss. Sie tragen diese Sparpolitik, also diese Haushaltskonsolidierungspolitik nicht mit? Wir sind an einer sehr grundsätzlichen Frage. Christian Lindner möchte, dass wir mehr sparen. Das ist sein expliziter Wunsch. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was macht das mit unserem Land? Was heißt das für die Zukunft? Und wir sehen gerade weltweit, dass massiv investiert wird. Wir sehen, dass in den USA sehr intensiv die Wirtschaft gefördert wird, dass dort Zukunftsprojekte vorangetrieben werden, dass in anderen Teilen der Welt, in Asien, in China massiv investiert wird. Und die Frage muss für uns auch bedeuten, können wir uns in einer Zeit, in der es droht, dass wir eine Rezession haben, in der wir sehen, dass weltweit investiert wird, können wir uns eine Sparpolitik leisten? Wir haben da als Grüne sehr grundsätzlich andere Positionen und eine grundsätzlich andere Sicht auf die Dinge. Wir glauben, wir müssen in Zukunft investieren. Wir glauben, dass wir jetzt auch Unternehmen eine Zukunft geben müssen. Wenn man sieht, dass im Wirtschaftsministerium 3,5 Milliarden Euro ungefähr eingespart werden sollen, dann ist das etwas, mit dem es schwierig sein wird, umzugehen. Wenn man sieht, dass im Bildungsministerium zum Beispiel beim BAföG von 1,8 Milliarden auf 1,4 Milliarden runtergegangen wird, dann ist das eine Frage. Investieren wir ausreichend in Bildung an der Stelle? Ich will, dass der FDP-Kollegin Stark-Watzinger gar nicht anlasten. Das ist angelegt in der Art und Weise, wie jetzt Haushaltspolitik gemacht wird. Trotzdem müssen wir uns grundsätzlich die Frage stellen, ist das der richtige Weg? Ist das der richtige Weg, Haushaltspolitik zu machen? Wir haben uns jetzt auf etwas verständigt, auf eine Richtung. Das werden wir gemeinsam in der Koalition auch weiter vorantreiben müssen. Aber diese Debatten, die ich gerade in den Raum gestellt habe, die werden sicher auch Debatten bleiben, die wir über den Sommer und dann auch für die Haushaltsberatungen im Parlament auch noch vor uns haben. Sie beschreiben zu Recht und ich finde präzise sozusagen das globale Umfeld. Aber bleiben wir mal in Berlin und bei dem, was da im Regierungsviertel passiert. Ich glaube, viele Menschen haben eigentlich in die Einsicht darin, dass gespart werden muss. Aber warum diskutiert denn diese Ampelregierung auf diese Art und Weise erneut? Im Land kommt auch an, wieder präsentiert sich die Regierung als zerschritten. Wieder kommen Ad-Hoc-Lösungen auf den Tisch. Wie lange kann das die Ampel sich noch leisten auf diese Art und Weise, Herr Audritsch? Wir müssen doch einen gemeinsamen Punkt und einen gemeinsamen Weg nach vorne finden. Und ich glaube, dass dieser gemeinsame Punkt da liegt, wo wir kluge haushaltspolitische Lösungen finden. Wir haben immer gesagt, Rasenmäherkürzungen ist nicht der Weg, den wir gehen können. Deswegen haben wir das in den Verhandlungen auch verhindert. Und wir haben gezeigt an einigen Stellen, dass es anders, dass es besser gehen kann. Ich nenne vielleicht mal beispielhaft die Lkw-Maut. Wir haben uns im Koalitionsausschuss darauf verständigt, dass die Lkw-Maut eine Klimakomponente bekommen soll und dass dort mehr Einnahmen generiert werden sollen. Das bedeutet, dass wir 2000... Entschuldigung, es geht jetzt nicht um andere Bereiche wie zum Beispiel die Lkw-Maut. Es geht um zentrale sozialpolitische Fragen. Und jetzt geht es konkret um das Beispiel Elterngeld. Da kloppen sich die beiden Ministerien, Minister auf Deutsch gesagt, wie die Kesselflicker. Herr Audritsch, das geht doch nicht, oder? Und um diese Fragen zu lösen, müssen wir kluge Haushaltspolitik machen. Deswegen setze ich nochmal an der Stelle an. Wir werden in 2024 7 Milliarden mehr Einnahmen haben, dadurch, dass wir in der Lkw-Maut etwas verändern. Das brauchen wir, um zum Beispiel die Schiene, den Ausbau, die Sanierung der Schiene zu finanzieren. Bis 2030, bis 2027 sind das 30 Milliarden Euro, die dort zusätzlich eingenommen werden. Und das ist der Gedanke, den wir brauchen. So können wir gemeinsam Haushaltspolitik machen. Wo können wir mehr einnehmen, indem wir Geld abziehen an Orten, an denen es zum Beispiel klimaschädlich ist. Wir müssen uns anschauen, ob die Mehrwertsteuersenkung auf Gas so in der Form auch noch bis zum Schluss fortgeführt werden kann oder nicht. Das sind die Fragen. Und dann kommen wir genau da, wo Sie gerade waren, auch zu der Frage, wie diskutiert man jetzt über den Punkt zum Beispiel des Elterngeldes. Ich finde, wenn wir gemeinsame Punkte finden, wie wir Finanzierungsquellen auftun, wie wir dafür sorgen können, dass wir zum Beispiel sowas beim Elterngeld nicht machen müssen. Oder wenn wir dafür sorgen können, dass wir das BAföG im Bereich von Frau Stark-Watzinger von der FDP geführt, das Bildungsministerium, nicht von 1,8 Milliarden auf 1,4 Milliarden kürzen müssen. Dann haben wir alle gewonnen. Aber das bedeutet, dass wir Wege finden müssen, indem wir klimaschädliche Subventionen abbauen, indem wir sagen, wir können zum Beispiel über eine Methode wie bei der Lkw-Maut eine Klimakomponente einzuführen, mehr einnehmen. Und dann wird für alle am Ende ein Schuh draus. Das bedeutet aber, dass man offen ist für andere Wege, für andere Möglichkeiten, Geld einzunehmen. Und dann können wir dem auch gerecht werden, was jetzt international so wichtig ist, in die Zukunft investieren, in Wirtschaft investieren, in unsere Unternehmen investieren, in Technologie und in Bildung investieren. Weil all das braucht es, dass wir eine Zukunft haben, eine wirtschaftlich starke Zukunft auch hier bei uns in Deutschland. Herr Auditsch, ich verstehe, dass Sie in dieser Situation die Gemeinsamkeiten versuchen zu betonen. Ich würde gerne auch mal zurückkommen sozusagen auf das, was heute im Kabinett passiert. Ich gehe davon aus, dass die Grünen Minister dem Haushalt zustimmen. Was passiert dann? Sie haben ja den Herrn Dürr auch gehört. Die FDP lehnt diese Kürzung des Elterngeldes ab. Wie geht das dann weiter? Wird das Ganze dann im Haushaltsausschuss weiter diskutiert oder im Plenum? Wie hat man sich das vorzustellen? Das Verfahren ist ganz klar. Wir haben heute den Beschluss im Kabinett. Wir haben dann im Anschluss die Sommerpause, in der wir uns alle ganz intensiv die Einzelheiten des Entwurfs anschauen. Und wichtig, es ist ein Entwurf. Der Haushaltsgesetzgeber, das ist das Parlament. Und da werden wir dann ab Spätsommer, ab Herbst nochmal ganz intensiv in die Debatten einsteigen, ob das, was jetzt vorliegt, tatsächlich auch das ist, was am Ende so Bestand haben wird. Und da müssen wir uns beide Fragen stellen. An welcher Stelle sind Punkte, an denen wirklich gekürzt werden kann, weil es zum Beispiel Programme sind, die so vielleicht auch nicht mehr gebraucht werden. Und wo sind die Orte, an denen Mehreinnahmen generiert werden können? Wo sind die Orte, wo wir auch Geld ausgeben, das zum Beispiel klimaschädlich ist, das klimaschädlich eingesetzt wird? Ich sage nur das Dienstwagenprivileg. Ich sage die Mehrwertsteuer bei Gas. Ich sage aber auch das, was ich beschrieben habe, die positive Frage, wie wir das bei der Lkw-Maut gelöst haben. All das sind Fragen, die wir dann auch, glaube ich, nochmal sehr grundsätzlich diskutieren müssen. Weil klar ist, auf der einen Seite verstehe ich das Anliegen des Bundesfinanzministers, eine Haushaltskonsolidierung zu machen. Auf der anderen Seite ist absolut klar, wenn wir nicht investieren, wenn wir nicht sagen, Bildung ist die Zukunft, wenn wir nicht sagen, dass Industriefinanzierung braucht, Unterstützung braucht im internationalen Umfeld, wenn wir nicht sagen, dass wir Kinder eine Zukunft geben, dass wir die sozialen Fragen von Kindern gelöst kriegen, damit die lernen können, damit die die Zukunft dieses Landes werden. Wenn all das am Ende nicht gelingt, weil zum Beispiel im BAföG von 1,8 Milliarden auf 1,4 Milliarden runtergekürzt wird bei Jugendlichen, bei der Bildung, dann haben wir ein Problem in der Zukunft. Und das wird die große Aufgabe auch des Sommerseins, das auszudiskutieren. Das ist leider dazwischengehend, uns läuft die Zeit ein bisschen weg. Ich sage danke für Ihre Zeit und danke für diese Erläuterungen. Danke Ihnen.